So, wir haben ja nicht nur ein Schar die Woche. Zweiter Versuch, ne? Äh, dreimal nach rechts drehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Knien. Beten. Und drei Saltos in Folge, jetzt auf Anhieb. Eins. 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 Eins, zwei. Oh, oh, oh. Eins. Mach das. Glückstanz ist gut. Eins, zwei. Hm. Also bei den ersten beiden Trice ging das auf jeden Fall alles schneller. Aber wir müssen das tun. Also ohne das würde die Sense hier gar nicht droppen. Das ist leider Fakt. Das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, dein Tanz trägt überhaupt nicht positiv dazu bei. Oh, Junge. Zwei ist Maximum, also drei. Also es gibt ein Gerücht übrigens unter Nachtelfen, wer zehn Saltos in Folge schafft, der, der, ich muss mir schnell was ausdenken. Auf jeden Fall sind zehn sehr, sehr unwahrscheinlich. Eins. Ja, dann müssen wir durch, nützt nix, ne? Sag mal so, wir wollen hier ans Ziel kommen und ohne drei Saltos in Folge nützt das nichts. So, wenn man aber eine Stunde dafür braucht, muss man halt alles nochmal von vorne machen. Das ist halt, da kann man die ganze Woche eigentlich auch schon wieder, ja. Na komm. Eins. Zwei. Ja, aber was soll ich machen? Frei. So, geht doch. So, und diesmal gibt's 100%ig die Sense. Katschao! Oder auch nicht.